Ende April fanden auf dem Messegelände in Birner die vielbeachteten internationalen Baumessen IBF Birner 2014 statt. An dieser einzigartigen Präsentation der weltweiten Trends im Bereich innovativer Baumaterialien, Technik und Wohnungsdesign nahmen mehr als 700 Aussteller aus 20 Ländern teil, deren Neuheiten von 50.000 Besuchern begutachtet wurden. Ein Programmpunkt der Messe war auch die feierliche Bekanntgabe der Ergebnisse des landesweiten Wettbewerbs für Bauprodukte und Bautechnologien, Produkt des Jahres 2014. Sieger ist das Schornsteinsystem Hellus Isostat Duo von der Firma Hellus Zichnarski Plumisse. Die Firma Hellus Zichnarski Plumisse konnte wie schon mehrfach in den letzten Jahren auch wieder eine der begehrten Goldmedaillen erringen. Die Goldmedaille der IBF wird für das Exponat Hellus Isostat Duo verliehen. Hersteller und Aussteller ist die Firma Hellus Zichnarski Plumisse. Das System heißt Hellus Isostat Duo. Dieser Schornstein ist universell verwendbar und gestattet den Anschluss aller Arten von Gas- und Pelletkesseln, von offenen Kaminen oder anderen Schornsteinen. Der Schornstein ist universell verwendbar und gestattet den Anschluss aller Arten von Gas- und Pelletkesseln, von offenen Kaminen oder anderen Heizungstypen. Der Schornstein hat einen dünnwandigen Keramikeinsatz, dessen Oberfläche so glatt ist, dass sich kein Ruß festsetzt. Der Schornstein zeichnet sich durch höchste Zuverlässigkeit aus, auch ein kurzes Anschlussstück ist kein Problem. Der Keramikeinsatz hält auch den direkten Kontakt mit Flammen aus, ohne dass Risse entstehen. Wir bauen Häuser, die 100 Jahre stehen werden und so gehen wir auch beim Schornstein von einer Lebensdauer von 100 Jahren aus. Eine Garantie geben wir für die Hälfte dieses Zeitraums, also für 50 Jahre. Das ist deutlich mehr als bei den Erzeugnissen unserer Konkurrenten. Für das Schornsteinsystem Hellus Isostat Duo ist Hellus schon mehrfach auf den verschiedensten Messen, sowie in Wettbewerben von Fach- und Hobbyzeitschriften ausgezeichnet worden. Wir gratulieren der Firma Hellus Zislavski Plumissel zu den errungenen Auszeichnungen und wünschen ihr weiterhin viele geschäftliche Erfolge. Verwundern Verwundern